So meine Damen und Herren, hier spricht wieder euer Tu. Hier sind wir das letzte Mal bei Kaiser Mario stehen geblieben. Und jetzt wollen wir diesen dummen Schalterrätsel mal kaum auf die Spur kommen, wenn ich es so hinkriege, den da runter zu schießen. Denn hier steht auch P. Und jetzt können wir hier durch. Und hier durch. Und das bringt er uns wieder in diesen Raum. Ja, ich glaube diesmal etwas schwerer als der erste. Denn mit Ibis und niedriger Decke und... oh Gott, mehr von diesen Ibis. Okay, so. Jetzt haben wir nämlich den blauen. Den brauchen wir da drüben. So, erstmal hier weg. So, das möchte ich uns aber erstmal speichern. Denn das ist schon mal ganz nice, dass wir das hingekriegt haben. So, ähm, du gehst erstmal weg, ne? Fein, sehr fein. Und dann hier. Na, ach, dumm. Na, ach, dumm. Und, und, und. Headbang, 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 so. Ähm, denn hier brauchen wir ihn, um da hochzukommen. Ach, komm. Und hoch. Und hoch. Ha. Ha. Und hier rein. Ich weiß nicht, ob ich groß sein will. Ich lasse es erstmal. Kann ich hier reingehen? Oh ja, jetzt kommt ja dieser lustige, lustige Nicht-Boss. Geh weg. Ach, ich kann hier nur rennen, indem ich aufsitze, glaube ich. Ja, ich glaube, dann geht's. Oh Gott, ist das nervig. Okay, okay. Hier können wir uns durchducken. Ach, du Sch... Punkt, Punkt. Geht das? Ja, das geht sogar noch. Nein. Nein. Spring doch. Mit dem verkackten... Block. Du sollst mit dem verkackten... Block springen. Geht doch. So nicht. So schon eher. Ähm. Ähm. Jetzt will ich den hier haben. Triff mich nicht. Oh Gott, dann trifft mich der. Äh. Es ist viel zu viel los hier. Hier ist die Party. Äh. Hier ist... Die Party, Mann. Da in dein Gesicht. Oh Gott. Geht das noch? Geht das noch? Das muss noch gehen. Sehr schön. Weg mit euch, Evies. Und hier hoch. Nein. Das hat so schön ausgesehen. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich eher zum Kotzen, aber... Es reicht. Zum Kotzen reicht bei Kaiser Mario. Ach. Hä? Na. Komm, wie bin ich denn gerade hier durchgekommen? Mit mehr Glück als verdammtem Verstand. Habe ich das Gefühl. Ey, jetzt haben wir... Dann warte ich halt noch eine Runde. Aber ich glaube, die Runde ist schon zu viel. Ja, die Runde war... nicht zu viel. Okay, komm, 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 komm. Ich muss auch noch sicher landen. Das ist ja das Dumme. Esser mal. Warte mal. Das geht doch. Nein, so nicht. Nein, so auch nicht. Nein. Kick ihn doch. Ha. Ha. Ich bin der Coolste. Dachte ich zumindest. So, jetzt kommen wir hier hoch. Und sind hier. Das sieht nicht nett aus. Erstmal speichern wir unseren Erfolg. Denn Erfolge sind was Schönes. Und jetzt geht's hier lang. Oh Gott, das... Oh, nein. Wie ich diese dumme, 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 dumme Stage-Gast habe, ne? Wer mag schon unter Wasser? Mario. Und dann auch noch in Kaizo. Also, äh... Nee. Hoch, hoch, hoch. Hoch. Soll's hochgehen. Danke. So, das war ja auch sehr nice. Da muss man mittendrin stoppen. Und das ist halt nicht ganz so gewitzt. Einfach. Ach, Fisch, nerv nicht. Ich mach aus dir Fischstäbchen. Und? Ach, fast. Und hoch. So, sehr schön. Puh. Äh, jetzt muss ich hier rein. Und dann hier lang. Und so, das ist alles nicht so schwer. Hier müssen wir schnell genug sein. Denn hier kommt der Typ. Komm, 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 komm. Ach, fast. Nein. Komm, Mario. Ach. Komm, das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Sag mal, Mario. Geht das so? Ha, ha, ha. So geht das. Jetzt müssen wir uns hier irgendwie durchfallen lassen. Und nicht getroffen werden. Und ich bringe ihn einfach um. Ha. Oh Gott. Und dann schiebt mich das Ding hier irgendwo lang. Das ist auch so eine sehr nette Passage. Ich hab Angst. Lass mich hier hoch. Danke. Und so nicht. Okay. So schon eher. Und hier müssen wir jetzt schnell genug sein. Hm. Schnell genug. Ha. Ich glaub, ich glaub, ich will nicht groß sein. Nein, will ich nicht? Oh Gott. Ernsthaft? An die Stelle kann ich mich grad gar nicht erinnern. Ich vergaß. In Kai Somaro muss ja alles so rumgehen, denn sonst geht das nicht. Äh, wartet mal. Wartet mal. Ich glaube, hier konnte man durchschwimmen und dann zu einem Secret kommen. Ja, konnte man. Ja, ich schwimme durch Landmasse, denn ich bin cool. La, 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 la. Ich cheater hier nicht. Nein, ich entdecke nur ein Secret. So allerdings nicht. Denn da ganz hinten ist ein Schlüssel versteckt. An das kann ich mich noch erinnern. Oder auch nicht. Ah, hier kein... Ne, wartet mal. Da war doch ein... Also wenn da jetzt kein Schlüssel ist und ich mich vertan habe, dann garantiere ich euch, dass ich das Ganze dann regulär spiele und mich hier nicht durchgeater natürlich. Gleichmäßig schwimmen. Ich muss hier, verdammt nochmal... Gleichmäßig schwimmen. Und das ist echt nicht einfach. Haha, so, aber hier war es dann, glaube ich. Hoffe ich. Oh Gott! Wupp. Ja, denn hier konnte man durch das Ziel durch. Bringt einem das was? Ja, hier ist der Schlüssel, wie gesagt. Und jetzt kommen wir zu dieser tollen Star Road. Aber das... Hoppla. Jetzt sp... Oh, toll. Jetzt spielen wir das Stagechen hier erstmal so wie... So wie es sich gehört. Und zwar nicht mit dem Sterben. So, hier hoch. Na komm. Oh, seriosli. Beim Zeitmal ist das Ganze sogar noch dümmer als beim ersten Mal. Komm. Durch, 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 durch. Puh. War das knapp. So, jetzt die Fische. Die waren eigentlich nicht so schwer. Zumindest die hier noch nicht. Die hier ging dann schon eher. Ach komm. Ey, ernsthaft. Ey, ernsthaft. Komm, geh weg. Nein, zu lange gewartet. So, aber. Haha. Ich bin... zu cool für diese... Welt. Ach. Ich hasse es mit... dem Analog hier zu spielen. Aber muss ich. Sonst bin ich nicht schnell genug. Ha. So. Und gleich sind wir schon wieder an der Stage... Oder an der Stelle, wo wir... Ähm... noch nicht waren. So gesehen. Ja, und dann trifft mich der Hammer. Ernsthaft. So. Hammer weggeglitscht. Wie sich das gehört. Jetzt unter dem dummen Fisch durch. Und jetzt hier hoch. Nice. Ach, nicht so nice. Immer noch nicht nice. Nein. So. Jetzt muss ich ja schnell genug sein. Ach, seriosli. Was zum... Hört auf zu schießen. Ey, warum ging das vorher so schön? Okay, nochmal von hier. Schnell, 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 schnell. Geht doch. So, hier wollen wir nicht groß werden. Denn groß werden ist nicht ganz so awesome. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Ich sterbe nicht. Nein. So. Gleich haben wir es geschafft. Hier sind wir untergetauft. Oh Gott. Jetzt müssen wir die Stage ganz normal spielen. Zumindest wir könnten sie immer noch cheaten. Aber das wäre doch lame. Wir spielen die so, wie sie gedacht ist. Schneller, 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 schneller. Oh Gott. Und gedacht ist sie nun mal so. So. Naja, so nicht. Yay. Oh Gott. Präzisionsschwimmen. Auf Doom. So. Nämlich. Meine Damen und Herren. Oh Gott. Oh Gott. Hier geht aber die Post ab. Oh Gott. Jetzt kommen die, ne? Jetzt kommen die ganzen Fische, ne? Jetzt kommen sie. Und ich mag diese Fische nicht. Ich mag sie nicht. Wisst ihr? So. Nicht mögen. Gegenteil von mögen. Verpisst euch. Ey ernsthaft. Wie soll das denn gehen? Wie? Die sind doch sofort da. Und haben einen lieb. What the fuck? Kann ich die ausdrücken? Ja, kann ich. Den hier kann ich ausdrücken. Geh weg. Gleich macht er sie alle wach. Hör doch auf sie wach zu machen. Bist du verrückt? What the... Geh weg. Lass mich in Ruhe. Nein. 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 Ha. So, jetzt bin ich sie los, denke ich. Hoffe ich. What the... Wie ging das denn nochmal? So nicht. So ging das. Und jetzt kommt der mir nach, ne? Geh da weg. Oh Gott, noch mehr. Geht mir alle aus den Augen. Ach nein. Nein. Warum stoße ich mir da den Kopf? Ach, bruh. Ey, diese scheiß Stage, ne? Wie viel Zeit haben wir denn noch laut Timer? Laut Timer haben wir noch ein bisschen was. Dann machen wir doch den nächsten Switch. Ach Gott, das war der Switch. Dieser wahnsinnig tolle... Oh lolol, ich bin... Oder du bist in einer Wolke und musst dich hier durchmanövrieren. Switch. Haben wir ja nicht alle geliebt. Ich für meinen Teil auf jeden Fall nicht. Vor allem, weil ich diese Wolke überhaupt nicht lenken kann. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. Sag mal, sinkt die von selbst ab? Ja, tut sie. Okay. Wow. Es gibt nichts Geileres als von selbst absinkende Wolken. Und wenn mein Gamepad dann schief macht, obwohl ich gerade drücke, macht das Ganze auch nicht viel einfacher. So. Erstmal... Was zum... Was zum... Was zum... So. Oh Gott. Da muss ich doch schnell genug runterfallen, ne? Habe ich so das... Ja. Geil. Ich liebe sowas, ja. Nicht? Ist das überhaupt möglich? Ja, wenn ich mich dann schnell genug fallen lasse, ist es möglich, denke ich. Ja, klar ist es möglich. Sonst hätten ich schon so viele Leute vor mir Kaiser durchgespielt. Na komm. Ich hab's ja auch schon ein paar Mal durch. So ist es ja nicht. Oh komm. Dieses Auffangen nach dem Fallen, ne? Es stinkt. Sag mal. Nein. Nein, ich will es nicht verkackt haben. Hab ich aber. Yay. So, runter. Nerv nicht, Womp. Geht das überhaupt noch? Na komm. Ach. Ich will mich da nicht fallen lassen müssen. So, und runter. Oh Gott, fast. Nein. Nein. Meine Finger tun weh. Ich versuche mal die Wolke mit dem Anologstick zu lenken. Da stelle ich mir gerade ein bisschen mehr ich da vor. Weil das so eine dumme Art und Weise ist, zu lenken. Die Störung in der Wolke ist beschissen. Da war's doch. Das war nicht so, ha. Das auch nicht. Das schon eher. Hör auf, du. Oh Gott, jetzt kommt hier noch ein Caster dazu. Na komm. Das ist nicht so schwer, wie es aussieht. Das ist einfach nur... Hier rein. Oh, was lade ich denn? Oh Gott. Das ist aber jetzt hier, äh... Beschiss. So, jetzt hier... Hier drauf drücken. Zurück. Hier rein. Oh, nein. 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 Hör auf. Geh weg. Schieß mich nicht ab. Oh Gott. Endlich. Leute. Ernsthaft. Scheiß. Dummer. Drecks. Palast. Lutsch. Wie viel Zeit haben wir noch? Cloud Timer. Ach, Zeit Minuten. Ich weiß nicht, ob wir da noch anfangen wollen. Deshalb machen wir hier einen Schnitt. Ich werde hier selbst drehen. Mach's mal ordentlich. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen noch umfreuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö.